Ich weiß, wie es ist, nichts zu haben. Ich krieg eher von Leuten gesagt. Wisst ihr, was ich von Leuten gesagt kriege? Also du kannst jetzt auch mal schon mal ein bisschen, äh, so. Weißt du, ich bin beim Supertalent. Pass auf. Das ist deine Stylistin. Das ist deine Maske. Guck mal hier. Hier hab ich Schuhe, 16 Paar. Zieh mir an. Guck mal. Kannst du mir anziehen, was du willst? Mach, wie ihr wollt. Ich sag zum Maskenmann, ich sag, Olli, mach, wie du denkst. Ich bin weder eitel noch irgendwas. Mich juckt es nicht. Zu ihr sag ich, zieh an, was du willst. Okay, probier mal das an. Sag ich, ist gut. Sag die, so einfach jetzt. Oder willst du nicht wirklich? Fühlst du dich darin wohl? Dann gab es noch eine, die ich hatte. Hör zu. Ich hab sowas noch nie. Ich komm von der Bühne, Zwischenmoderation auf der Bühne. Blablabla, komm runter. Die hebt mir, ich darf, ich soll dich anfangen. Die hebt mir immer Red Bull oder meine Wunschgetränke mit Röhrchen. Du kannst mir das Getränk da vorne hinstellen. Ich kann es selber trinken. Echt? Sag ich, ja, ich brauch das nicht. Aber ich stehe hier immer. Du kannst bei mir aus dem Röhrchen trinken. Ich sag, nein. Kommt die nächste ums Eck, hör zu. Die nächste kommt ums Eck. Soll ich knochen?